Da ist ne Wache, da ist ne Wache. Da ist ne Krokodil. So, da la und des da wegen. Äh, sabotieren wir B? Ja, sabotieren wir B. Gut, hätten wir den Teil auch erledigt. Ähm. Da hinten beim Wasser entlang? Die sind hier alle auf meiner Seite. Oder zumindest nicht gegen mich. Wie komm ich jetzt? Das war knapp, das war knapp. Einmal schön. Hier rum? Jawohl, ja. So. Das wird jetzt interessant, was ich hier wieder machen muss. Interagieren. Interagieren. Richten die die Form nach den Objekten. Aus. Nach diesen Objekten. Dann passt das nämlich auch mit der Form. Und graben. Was finden wir hier? Und noch ein Stein. Ein Majestein! Wuhu! Gut. Schnappen wir uns dieses Animus-Fragment von der Insel. Wenn wir hier gut wegkommen. Ach, hier komm ich nicht hoch. Schade. An hier komm ich auch nicht hoch. Dann muss ich von der anderen Seite. Muss ich hier hoch? Ne, schade. Doch noch von hinten. Ha-ha! Okay. Hätten wir den Teil auch erledigt. Ach, da komm ich zurück zum Schiff. Wumms. Na, muss ich mal überlegen. Na, muss ich mal überlegen. Ist, glaube ich, gar nicht ganz so schlecht, wenn ich dann gleich das Ruderboot mal nehme. Aber wo ist... Ah, aha. Da liegen ein paar Palmwedel. Gut. Und zurück zum Schiff. Achtung, ich muss es leider immer niesen. So schnell muss ich ja hier, glaube ich, äh, nicht mehr hin. Geht ihnen eine Blut. Auf, Geil! Nehmt uns vom Baum! Feuer! Jetzt schon wieder! Bringt jeden fetzten Stoff in den Wind! So, äh, wo wollte ich jetzt hin? Das sollte ich vielleicht auch mal klären. Ich habe es geschafft, die anderen Missionen abzubrechen, also gehe ich jetzt unserer weiteren... Unsere weiteren Hauptmissionen ist auch gut. Endlich mal wieder unserer Hauptmissionen nach. Na, das Ziv ist ganz schön nah an mir dran. Mal gucken, ob ich hier vielleicht... ...es so ein bisschen abhängen kann. So kommt man auch noch mal schnell an Zeit, Robi. Ähm. Randgut, ich stehe von der falschen Seite, oder was? Ja. Das finde ich so ein bisschen schwer zu sehen mit dem Strand. Ähm, und die... Achso. Einmal öffnen. Sehr schön. Ich würde mich echt freuen, wenn ich alle unkartierten Karten finde. Ach, unkartierten Karten, genau. Unkartierten Truhen finde und so. Aber das, glaube ich, ist jetzt nur für mich dann wirklich so 100% mäßig dann doch so ein bisschen. Es hat mich mittlerweile gepackt, das Spiel. Am Anfang habe ich mir gedacht, äh, irgendwie, naja. Es kommt nicht wirklich im Pfad. Ich komme auch mit der Steuerung nicht ganz so gut zurecht. Und, hm, irgendwie hatte ich mir viel mehr davon erwartet. Aber mittlerweile, muss ich sagen, hat es mich dann doch gepackt. Und deswegen bin ich jetzt auch wieder hier, sitze hier und nehme für euch ein paar weitere Folgen auf. Haltet euch fest! Halten Sie X! Da war was. Nicht auf Verbündete. Ja, ich will ja auch gar nicht auf Verbündete schießen. Nein! Waffen denn und trimmen! Feuer! Daneben! Verdammt! Feuer! Ja! Schießt! Feuer! Zeit zu feuern! Feuer! Wir Erdenkämpfen! Waffen denn die Hauptsegel! Feuer! Nicht kürzen, Feuer! 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 Nein, ich möchte kein Y drücken. Das ist ein freundliches Piraten-Safe. Da möchte ich Y drücken. Feuer! 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 Da sind Sie verbunden erkennbar! Ah, ich werde von hinten, glaube ich, eingeschossen oder so. Feuer! Feuer! Nein, kein gut passiert, Herr Schotten! Trink die Hauptsegel in den West! So, einmal drauf, einmal drauf, einmal drauf, einmal drauf, einmal drauf, einmal drauf. An Bord gehen! Hahaha! Wir nutzen! Genau, ich treffe ihn überhaupt nicht. So. Hätten wir das auch schon mal erledigt. Und schön hier rüber! Attentat! Ha! Damit habe ich schon direkt geschafft. Sektor reparieren. Sektor reparieren. Bekanntheitsgrad finde ich hier gerade noch nicht so wichtig. Blackie Mitan samhundert flower